Also, wir ziehen uns das noch zusammen hier, dieses, Jodie hat ein Video hochgeladen, das heißt, Wein oder Trinken mit dem Ex-Freund, Platz 5 in den Trends, Maschallah, gib ihm, sehr, sehr geil, schauen wir mal kurz in die Kommentare, dieses Video macht mich so glücklich und traue ich zugleich, ihr seid so goldig, ihr werdet in Frieden im Bett liegen und zufrieden sein, schön, dass ihr lebt, Jungs, ich mag die Interessantik, das macht es unbewusst noch ganz viel schöner, habt ihr Bock auf das Video, Leute, wir ziehen uns das noch gemeinsam rein, wir erklären uns das auf jeden Fall, Entschuldigung, wie gut sieht Jodie bitte aus, Jodie, ich rede über alles offen, es gibt nichts, was ich nicht erzähle, auch Jodie trinkt, ich finde es einfach schuld, dass Jodie und Jodie nach ihrem Beziehungsstaat, das sind immer gute Freunde, es gibt selten sowas, Proud of Friendship, True that, Leute, das Video haben wir aufgenommen vor zwei Monaten, hat jetzt schon nach einem Tag 150, 200.000 Aufrufe wahrscheinlich, ich sehe absolut scheiße aus dem Standbild, ich sehe mit weißen Haaren deutlich besser aus, wir gehen rein, meine Freunde, let's go, ich habe keine Ahnung mehr, was wir gesagt haben in dem Video, to be honest. Haben wir jetzt einen Ton? Das ist aus Ton? Das läuft, ja. Das ist aus Ton hier und das ist aus Papaschee. Pass auf, dass der Pegel sich nicht schlägt, wenn er ausschlägt. Scheiße, Alter, Jodie, was hast du mit dem Ton gemacht, wieso ist das auf der einen Seite lause und auf der anderen lause? Boah, schlimm. Ja. Schlimmer geworden. Ich habe mit Mo wieder viel Zeit verbracht. Ach was. Hast du ein neues Datum? Ich schreibe gar nichts rein. Was? Was? War ein Witz. Keiner Spaß, wir fangen an. Los geht's. Hallo, ich bin Jodie Kalussi und das ist mein Ex-Freund. Hallo, ich bin der Ex-Freund von Jodie Kalussi. So sieht's aus. Wir trinken mal einen auf gute Freundschaft. Wir sind nicht befreundet und ich trink das nicht. Ich kann nicht die ganze Zeit. Ich trink doch einen Sinn können, bitte. Junge, Alter. Nee, wirklich nicht. Ich habe seit... Du war nicht so, wenn man trinkt dabei. Ehrlich? Ja. Voll nett. Decker, da habe ich direkt reingeschissen, Alter. Zocken Manuel und Malte eigentlich nicht mehr. War eine geile Zeit mit bitte. Makro, Gubi, nee, leider nicht mehr. Emily und BlackfireTV, danke, Forrest Habs. Nelly, danke schön. Nee, das ist ja auch nicht gesund. Das ist das Spiel. Du musst einfach nur alle Fragen beantworten und alle Sachen machen. Dann ist alles in Ordnung. Was alle Sachen machen. Außer einen, einen trinken wir auf die Freundschaft. So lecker, oder? Ja, ja. Fang an. Was ist das? Achso, dein Kaffee ist fertig. Ja. Wie viel Mundschutz hast du? Bist du verrückt? Alle. Alle. Ich nehme zwei Stück mit. Hier sind einfach so richtig viele Mundschutz. Ihr habt mir sogar Kaffee gemacht, Leute. Kaffee, Schatz. Ihr habt deine Mutter uns geschenkt. Hab ich die Mr. Tasse noch? Weiß ich doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe die beheißen natürlich in Erinnerung an meinen tollen Ex-Freund Sebastian. Ich glaube tatsächlich, dass Arcaniel aus der Tasse immer trinkt. Oh, das ist mein Mann jetzt. Du musst jetzt auch mit dir schlafen. Komm her. Komm her. Guck mal. Ja, im Video bist du. Erkennst du dich? Guck mal. Was hast du dich nie getraut, mir zu sagen? Das ist schwierig. Nein, schade. So cringe. Ja, ein bisschen cringe ist es. Ihr habt recht. Ich habe dir gesagt, dass ich unbedingt einen Dreier haben will. Das habe ich mehrfach gesagt. Ja, das habe ich mehrfach gesagt. Das stimmt. Ich habe gesagt, dass ich gehasst habe, dass du mir aufgerannt hast. Bin ich dafür verantwortlich, deinen Dreck wegzumachen? Ja, du bist eine Frau. Das funktioniert. Schwieriges Statement. Ich gehe genauso rein. Ohne Lacher. Den Lacher kannst du nicht wegschneiden. Das kannst du nicht machen. Das ist nicht fair. Nee, tatsächlich. Also mir fällt wirklich, glaube ich, nichts ein. Mir fällt wirklich, glaube ich, nichts ein. Total. Ich glaube, wir haben eine sehr offene Beziehung gehabt. Eine offene Beziehung heißt, dass wir einen wechselnden Sexualpartner hatten. Möchtest du dich für etwas entschuldigen? Ja, scheiß drauf. Nein, ich habe alles richtig gemacht. Achso, du. Ich bin dran. Ich trinke meinen Kaffee. Ich habe das letztens gemacht, oder? Ich habe mich letztens entschuldigt für ein paar Sachen. Das war nur per WhatsApp. Das kann ich nicht ernst nehmen. Ich will es nochmal hören. Komm, sag es mir. Ich habe nämlich Videos geguckt von damals. Und dann habe ich eine Szene gefunden, wo ich wütend auf dich war. Ich weiß diese Emotionen noch, weil du was gemacht hast. Aber ich habe nichts gemacht. Du hast schon was gemacht, aber es war nicht so schlimm. Ja, ja, das stimmt. Ich habe viel, es hat sich viel aufgeschrieben. Absolut cringe, Leute. Es ist absolut cringe. Es ist gerade so unangenehm. Oh, Digga. Und dann war ich oft manchmal unfair dir gegenüber, weil ich einfach Dinge rausgelassen habe. Das stimmt. Und nicht geredet habe darüber, was ich eigentlich empfinde. Und dafür würde ich jetzt gerne entschuldigen. Genau, dafür habe ich mich auch schon entschuldigt. Aber ich würde mich gerne nochmal entschuldigen dafür. Sag das bitte in die Kamera. Achtung, ganz kurz, wenn ich mir dieses Video anschaue. Mein Kopf und mein Grinchzentrum an der Stelle. Ja. Entschuldigung. Dann hast du mich mal betrogen. Ne. Ja, das habe ich dir aber schon mal gesagt. Du glaubst ja auch. Inzwischen glaubst du dir. Inzwischen glaubst du dir. So ehrenlos. So ehrenlos, sagt sie. Ich habe auch lange gelogen. Jetzt gerade schon wieder. Wer weiß. Nein, wirklich. Ne, wirklich nicht. Das ist gut. Achso, zählt ein Gangbang mit 30 Männern? Ne, ne? Nein. Das ist auch nie passiert. Das ist nie passiert. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Wie lange danach hast du das erste Mal mit jemandem geschlafen? Ich bin dran. Nicht nur. Aber gut. Jetzt sind die beiden hübschen Kerle da links. Ah, der hübsche Streamer, Mashallah. Hat Rivi glasige Augen. Nein, überhaupt nicht, Leute. Also ich muss mal ganz erklären, so viel wir hier auch Jokes gekickt haben, so. Es ist alles wunderbar in meinem Life. Wir sind immer noch sehr gut befreundet. Wir kommen klar. Ich habe den kleinen Stinker hier. Uns geht es richtig, richtig gut. Ne, Kani? Geht es uns gut? Küsschen? Ja, damit läckst du dir immer das Arschloch mit der Zunge. Das finde ich eklig. Ne, wirklich. Also, ich mache es nur schlimmer. Ich mache es nur schlimmer. Ich halte es mal. Chat, ich halte es mal. Kommt, reden wir nicht drüber. Ich sage es dir, aber ich würde es nicht öffentlich in der Öffentlichkeit haben. Aber auf anderen Gründen. Ganz fläuernd. Ganz schön. Doch, ich weiß den Grund sogar. Doch. Ja? Weil ich weiß wer. Weiß ich nicht. Doch. Wer weiß. Hast du einen Text mit wem Neues an mich gedacht? Also, zumindest in den ersten Monaten bestimmt nicht, weil das ist so verdrängungsmäßig. Ja, safe. Aber auch nicht bewusst, dass ich mich erst daran erinnere. Das macht man ja auch nicht, oder? Das macht man ja wirklich nicht, ne? Das macht man ja ehrlich nicht. Gibt es irgendwen, der das macht? Könnte, glaube ich. War halt nie so nice mit dir. Der Comedy-Boss. Kein Joke. Ich trinke einen dafür. Das war gemein. Das war gemein. Dafür entschuldige dich. Nee, nee, ich glaub nicht. Also, sicherlich abends so mal safe, wenn man im Bett lag und nicht gewichst hat, sondern tatsächlich mal nachgedacht hat, so. Beim Wichsen nicht. Aber so ist beim Sex... Nicht, wenn du mit einer anderen Frau hattest, hast du nicht daran gedacht? Nee. Nee. Da hat man anderes zu tun. Ja, warte mal. Richtig. Einfach grünt, ich hab überall Gänsehaut. Chat hört auf. Wie lange hast du gebraucht, darüber hinweg zu kommen? Das ist die falsche Frage an die falschen Menschen. Warum? Ich bin ja die, die Gedieß beendet. Crime Agents, dankeschön für den Service. Stimmt. Ich kann mich echt an wenig erinnern. Unangenehm sein Vater. Boah, das war echt scheiße, wenn wir jetzt viel früher ausziehen sollen, oder? Ach, wirklich jetzt? Ja, im Großen und Ganzen, DJ Pferd, Digga, dankeschön, dankeschön. Im Großen und Ganzen, hab ich da recht. Da weiß ich nicht mehr, so wie ich mich gefühlt habe. Ich glaube, das war einfach alles so in Ordnung, weil wir waren ja trotzdem noch... Wir konnten noch miteinander reden, so, ja. Das war alles okay. Schau mir jetzt 10 Sekunden ernst in die Augen untertrinken. Ich werd doch nicht rot, Chat. Checkt ihr? Also, ich würd nicht sagen, dass ich rot bin. Ich seh einfach nur extrem gut aus. Mir ist das ja nicht unangenehm. Es ist cringe, das nochmal zu gucken, aber ich hab das Video ja schon selber abgedreht. Also, warum sollte ich jetzt rot werden, Chat? Seid ihr, seid ihr denn lost, Alter? Jünger Röte als Mickis Haare. Ach, fickt euch alle ins Knie, mein Haarkolm. Ich kann das nicht, weil ich dann lache, aber ich versuche es, okay? Das ist eine sauunangenehme Szene, da geb ich recht. Ja, das ist eine... Ich bin erst bei 7 gewesen. Ich hab sehr langsam gezählt, glaube ich. Ach, das war auch erst so 9. Ja, da mag ich noch eine. Ich häng noch eine hinterher. Okay, stopp. Was vermisst du am meisten? Ich fand's immer sehr schön, wenn... Wir abends auf dem Sofa... Ne, aber wirklich, wenn... Was haben wir abends auf dem Sofa gemacht? Was ist da abends auf dem Sofa passiert? Das... Das, meine Freunde, bleibt unser Geheimnis. Abends einfach zusammen das unternommen haben. Das war immer sehr witzig. Manchmal war auch Mo da. Das war auch lustig. Richtig, so was du diese Abende... Was haben wir abends auf dem Sofa mit Mo gemacht? Auch das... Das, meine Freunde, wird auch mal wieder... nicht an die Öffentlichkeit kommen. Dreier mit Mo. Äh! Äh! Ne, Digga. Das kann ich wirklich sagen. Niemals würde ich einen Dreier mit Mo haben. Ach, vorbei. Kurz, da die ein Kind hatten. Wenn Mo als Sohn hatten. Das war wild. Mo ist unser Kind. Sorgerecht. Ich hab dafür... Ich hab dafür den Hohen genommen. Ja, du hast den Hund genommen. Ich hab das Kind bekommen. Bist du der Hohen, Sonne, Akade? Das war der Deal. Hast du danach etwas getan, was du mir verschweigen würdest, wenn ja, was? Oh Gott, dieser Schlucker. Ne, es ist... Der war richtig laut. Es gibt ein paar Sachen, die du mir verschweigen wolltest und dann irgendwann hast du sie ausgeplaudert. Okay, das musst du aber jetzt piepst, weil das darf nicht ins Video rein. Ja, aber das weiß ich nicht. Ja, aber das hab ich dir verschwiegen. Das hab ich dir verschwiegen und dann hab ich es irgendwann gesagt. Das wird auch nicht an die Öffentlichkeit kommen. Das wird auch nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil das ist nämlich in vielerlei Hinsicht... Pog weh, Pog weh, ihr sagt es, Chat. Ich sag mal so, ich hab da mit einer Person... Ja, gut. Ja, schlimm. Wie war's? Teilen wir sonst noch Sachen ein, tatsächlich, die du erfahren hast? Ich bin ja auch so jemand... Keine Ahnung, ich vergesse ja auch... Also das ist nicht böse. Die Mutter von Jodie. Nein, die Person war volljährig, alles gut, es ist nur jemand, den wir beide halt kennen und das macht es irgendwie ein bisschen weird. Was gesagt hätte, gehabt hätte, dann, also, war nicht so. Hättest du es vergessen? Nee, das hätte ich nicht vergessen. Oh mein Gott. Stimmt einfach die nächste Frage. Wo sind wir in zehn Jahren? Äh, tot. Nee. Also ich kann mir vorstellen, dass wir für immer einfach ein Teil von unserem Leben sein könnten. Wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich, ich kann zu dir kommen, du wirst mir helfen und andersrum genauso. Und du bist ein Mensch, der immer für einen bauen kann. Auf den man immer bauen kann. Da habe ich mich aber jetzt versprochen, Alter. Da, da habe ich aber, da habe ich mich jetzt gerade versprochen. Da hat man anderes zu tun. Ja, warte mal, richtig. Ja, warte mal, ja, warte mal. Wie lange hast du gebraucht, da du... Hatten wir doch alles schon. ...würdest, wenn ja, was... Oh Gott. Wartet. Ich bin ja auch so... Wo sind wir... ...bauen kann. Wann denkst du an mich, wenn ich richtig sauer bin? Wieso schreibt dir jetzt 420 in den Chat? Das verstehe ich nicht. Weil das triggert nicht voll, dass das so schlecht zugeschnitten ist. Ich muss das immer... Das ist extra, damit du das wahrhalten kannst, damit du alles lesen kannst. Oh, das ist so clever. Ja, wie ich halt eben gesagt habe, ich glaube, so nach der Trennung so ein bisschen halt, einfach mal, wenn man so abends rekapituliert, wenn man mal so ein Bad ist, so ich glaube, das ist der ganz normale Trennungsschmerz, wo das halt so aufkommt. Und ich sehe immer wieder mal Leute, die sehen so aus wie du. Echt? Ja, ja, immer wieder. Dann denke ich immer, hey, war das Jodie? Dann denke ich daran kurz. Doch, wirklich. Keiner sieht so aus wie ich. Was hat dich am meisten an mir getriggert? Nicht du. Du bist nicht dran. Wahrscheinlich wäre das so ein Schlau. Ich hätte so viel sagen können. Was hat dich am meisten an mir getriggert? Deine Antriebslosigkeit. Manchmal. Ja. Ja. Stimmt schon. Das wäre teilweise echt stressig. Ja. Ist erst jetzt gut geworden. Ich glaube, jetzt sehe ich auch, was du hier geschafft hast. Wetten, er hat Freddy gebuttert. Chat, ihr seid so lost. Bakani. Der frisst meine Blumenerde. So ein bisschen deine Unorganisiertheit. Seht ihr das hier, Chat? Seht ihr das hier? Ey, ist das nicht süß? Diese kleine Hundeschnauze hier. So ein Süßi. Hat sich alles geändert. Alles ist besser. Ich könnte es halt immer weiter machen. Nicht, dass ihr denkt, ich bin hier ein Wichsen oder so. Ich streiche meinen Hund, ne? Kannst du auch hören? Nee. Ich glaube, das wäre es schon soweit. Es gibt ja auch dafür sehr viele positive Seiten. Zum Beispiel. Ich zur Frage. Würdest du nochmal Sex mit mir haben? Nein. Mit dir jetzt? Ja, nichts mit dir selbst. Ich schwöre, ich könnte es nicht mehr. Ob ich mich selber ficken würde? Genau. Ja. Ob ich jetzt nochmal mit dir schlafen würde? Ja, steht ja da. Ich glaube nicht. Nee. Nee, ich auch. Nee, ich glaube nicht. Nicht attraktivitätsweise so. Ja. Aber einfach, weil es jetzt so entfremdet ist. Ja, es wäre einfach weird. Es wäre ein verfickter white weird Pipo. Pipo Shake. Ganz schwierige Formulierung. Ich glaube, ich bin mir jetzt sicher. Ich bin mir sogar sicher. Ich habe nicht den Schluss gemacht, weil ich in dieser Beziehung als Mensch nicht weitergekommen bin. Ich war festgefahren an so einer Wand. Max hat das mal beschrieben als Käfig. Das habe ich auch mal gesagt. Jetzt habe ich auch mal die Metapher goldenen Käfig habe ich auch mal benutzt. Ja, so ein bisschen. Ja, goldenen Käfig würde ich nicht unbedingt sagen. Weil du, weil du. Wir haben den ein bisschen anders beschrieben. Also das Ding ist, ich rede jetzt einfach rein, weil ich bin ein Arschloch. Du hattest genug Zeit für dich. Du hattest genug Freiraum. Du warst finanziell eigentlich so voll unabhängig und alles. Aber ich glaube, dass das trotzdem halt ein Stück weit die ganze Struktur eingesperrt hat. Ja. Und dann halt deine Persönlichkeitsentwicklung einfach nicht zugelassen hat. Das stimmt. Ich war einfach in meinem Kopf zu sehr bei dir. Du Sklaven, Alter. Ich war zu gut. Ich war zu gut. Sperre den Vogel wieder ein, bevor er wegfliegt. Bricht dem Adler die Flügel, bevor er einen pflegen kann. Das ist ja nicht mein Problem. Nein, nein. Kannst du auch nicht. Kannst du absolut nichts für. Du hast halt oft nur an mich gedacht. Genau. Gedacht so, was muss ich jetzt machen, damit du stolz auf mich bist. Damit du so. Und da habe ich immerhin gedacht, anstatt auf mich selber zu achten. Ja. Da wäre ich nicht anders rausgekommen. Ja, tu. Und jetzt bin ich stolz auf dich selber. Geht es mir besser auf jeden Fall. Was aber nicht heißt, dass es mir besser geht, weil du nicht mein Freund bist, sondern weil ich selber, mein Kopf ist klar. Kann man so stellen, ja. Kann man auch natürlich anders sagen. Ja, ja. Nee, es ist schon richtig formuliert. Wir haben mal gesagt, wir heiraten. Eigentlich müssten wir jetzt heiraten. What the fuck? Als wir uns getrennt haben, haben wir gesagt, wir machen ein Jahr Pause und dann heiraten wir. Nee, wir haben noch ein bisschen. Wir werden mal zeigen. Das ist spannend. Ich glaube nicht. Es ist November und ich sage es, wie es ist. Wir werden nicht heiraten. Also wer weiß, was in 30 Jahren ist. Nein, ich habe Nein gesagt. Ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Ich habe Nein gesagt. Akzeptiert es bitte. Okay. Küsst euch oder trinkt. Stopp. Da sehe ich mich nicht. Da war nichts trinken. Da wird getrunken. Stopp, stopp, stopp. Er kann nicht isst meine Blume. Wund brennt creme. Das ist Tomaten. Das ist giftig für den, ne? Tomatenpflanze? Weiß ich nicht. Tomate ist giftig für den. Ja, das stimmt. Hunde dürfen keine Tomate essen. Werdigung und es wird eine große Werdigung mit Diamantsack. Also dann. Auf Akanis Tod. Du stirbst mir nicht weg, ne Akani? Du stirbst mir nicht, Alter. Du stirbst mir nicht, Akani. Du bleibst richtig schön bei mir. Irgendwann. Irgendwann. In 10 Jahren. 10 Jahre hast du früh. 15, 20. In 15 und 20 Jahren. Du stirbst in 30 Jahren, Alter. Wenn du da hinschneiden hast. Schaut bei mir vorbei. Da gibt es auch noch ein Video. Ja, das war ein gutes Video. Haben wir ja schon gesehen. Es hat eine Menge... Kennt ihr meine Twitch-Streams? Videos bekommen. Mox ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal bei Mo vorbei. Ja. Ein 19. Link in der Beschreibung. Du musst jetzt 18 andere Links eins für... Hat sie es gemacht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Einfach nur schade. Einfach nur schade, Jodie. Einfach nur schade. Schade, Leute. Einfach nur schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es einfach nur schade. Ich finde es einfach nur schade. Ich finde es schade. Ich finde es sehr schade. Ich finde es schade, dass sie es nicht gemacht hat, Leute. Ja. Cringe-Video auf jeden Fall, Leute. Sehr, sehr unangenehm. Kann man nicht anders sagen. Aber gut. Was soll ich dazu sagen? Außer, Leute. Ich muss unglaublich dringend auf... Also, ich muss wirklich brachial fett scheißen. Ich muss wirklich brachial fett scheißen. Wir raiden jetzt bei jemandem rein. Und zwar cooler als die. Adapter. Der hat zwei Zuschauer, der Bro. Der hat zwei Zuschauer. Wir raiden da jetzt einfach rein. Schade, dieses Verhalten, Leute. 7K-Viewer jetzt da rüber. Jalla, jalla, jalla. Wir gehen jetzt alle da rüber, meine Freunde. Und ihr lasst Grüße da. Und seid freundlich, ja. Wir sehen uns morgen wieder, meine Freunde. Geht alle jetzt da rüber. Ich will seine Reaktion jetzt filmen. Masha-Halla. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Danke für den geilen Stream, meine Freunde. Küsschen aufs Nüsschen. Und wir sehen uns dann die Tage wieder. Macht's gut. Ciao, 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 ciao. Mua, lora.